bei uns zu Gast sind und da freuen wir uns jetzt auf Kandidaten der älteren Jahrgänge. Zunächst kommt zu uns bitte Schöner, Frau Felskotte. Herzlich willkommen von Staulie, Frau Kerri und der Notar, Frau Felskotte, damit ein Halbbruder des Weltmeisters, noch hier Frau Felskotte. Die Farbe verrät es ein bisschen. Ein Pferd aus der Zucht von Felskos Hestar in der Nähe von Geysir im Süden Islands. Die Besitzerin heißt Maike Moorbach, da kommt sie mit ihrem Hengst an der Hand. Und das ist nun Schöner, Frau Felskotte aus dem Jahrgang 2014. Er ist bereits viel zuvor gestellt, geritten, hat ein Stockmaß von 1,39 Meter für das Gebäude, 8,19 Punkte für die Reiteigenschaften, hat er 7,98 erhalten mit 8,5 für Tölt, 8 für langsamen Galopp, 8,5 für Gehwille und 8 für die Vormittag dem Reiter. Herzlich willkommen, das ist Schöner, Frau Felskotte. Er ist beurteilt vorhin insgesamt mit 8,05 in der Vizobeurteilung. Und hier ist er bei uns zur Anerkennung durch das westfälische Pferdestammbuch. Der Pferd ist bereits geprüft, der Chip ist ausgelesen, er ist lebendig, so sieht er aus. Und damit haben wir ein Nicken, ein Wohlwollnis aus der Mitte. Damit ist er jetzt auch offiziell in Westfalen angekommen und darf sich jetzt noch mal frei bewegen. Bitte schön, Schöner, Frau Felskotte, lass ihn mal von der Leine und dann können wir ihn einfach mal sausen lassen. Bitte schön, viel Spaß mit Schöner, Frau Felskotte. Bitte schön, viel Spaß mit Schöner, Frau Felskotte. Schöner, Frau Felskotte. So, ich denke, das genügt für die freie Vorstellung. So, danke schön, Schöner, dann kannst du mal durchparieren. Wir sagen, oh, guck mal, macht er sogar braves Pferd. Er kriegt zusätzliche Charakterpunkte durch das westfälische Pferdestammbuch. Vorbildlicher Island-Hengst aus dem Jahrgang 2014. So, dann tut, was ihr tun müsst, dass das alles offiziell ist. Vielleicht kriegt er jetzt einfach seinen Preis. Und Halfter gibt es auch noch. Das ist ja gut, ich habe das gewusst, hätte ich auch noch einen mitgebracht. Also, guck mal, bitte schön, Schöner, Frau Felskotte, liebe Gäste, bekommt hier seine offizielle Anerkennung. Ist damit jetzt auch ein Westfalen-Hengst. Herzlichen Glückwunsch. Prima, wir gratulieren. Danke schön, Maike Morbach, zu ihrem schönen Pferd und wünschen natürlich alles Gute, dem 2014 geborenen Sohnes. Daulie, Frau Kerri und der Roter, Frau Felskotte, dem Braunfall-Pengst aus dem Jahrgang 2014. Vielen lieben Dank. Foto ist drin, Maike, Dankeschön, Gratulation und auf Wiedersehen auf den Bahnen in ovaler Form. So, der nächste.